Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und an erster Stelle möchte ich dich noch mal daran erinnern, dass du gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren kannst und auch die Glocke drücken kannst, weil dann wirst du kein Video mehr verpassen und alle meine weiteren Videos landen in deiner Abobox. Ansonsten wollen wir direkt einfach mal in das Thema des Videos rein starten und zwar hatte ich eigentlich ein anderes Thema für dieses Video geplant, aber bei der Produktion dieses Videos bzw. bei der Vorbereitung auf die Produktion dieses Videos ist dann dieses Thema hier immer mehr in den Sinn gekommen, weil es gerade einfach zu gut passt und ja, ich werde auf jeden Fall ein bisschen weiter ausholen und dann irgendwann hoffentlich noch die Kurve kriegen zu Schmocki, zu Stegi, zu MC Expert und den ganzen MC PVP OGs, aber wir springen einfach zurück zum letzten Video von mir, wo ich im Hintergrund einfach mal Valorant Gameplay reingepackt hatte, hatte ich irgendwie mir spontan gedacht, okay, ja, was mache ich denn im Hintergrund, ja, Valorant hat gerade ziemlich irgendwie gebockt bei mir und dann hatte ich da wirklich das Gameplay und es war echt, also es war echt gut, also ich hatte ja da 27 Kills glaube ich in der Runde oder so und war auch MVP und alles nice, war wirklich eine korrekte Runde, konnte man gut so hinten im Hintergrund so dazu schnallen und genau dann hatte ich halt für das Video, was ich eigentlich jetzt machen wollte, was jetzt wahrscheinlich nächste Woche oder so kommt, hatte ich geplant wieder ein Gameplay im Hintergrund laufen zu lassen und wieder so mit Highlights oder so oder whatever und dann habe ich halt im Discord gefragt Leute, so, ja, was für ein Game wollt ihr ja gerne sehen, übrigens wenn du da auch immer up-to-date sein willst, wenn du da auch mit mir interagieren willst und so, dann join auf jeden Fall auch meinen Discord, erster Link in der Beschreibung, nochmal Werbung an der Stelle, aber da kannst du auf jeden Fall immer mit dabei sein, immer auch deinen Senf dazugeben und das war ganz cool, auf jeden Fall, ja, habe ich dann halt verschiedene Sachen, das ich versucht und habe dann, ja, Minecraft gespielt, ich hatte Valorant gespielt, CSGO, GTA, alles mögliche und irgendwie, es ist nix so wirklich bei rumgekommen, ich hatte in der Woche, also, ich weiß nicht, was da los war, weil vorherige Woche hatte ich ja eben dieses richtig gute Gameplay eigentlich, aber dann diese Woche, ähm, war es echt, echt nicht gut irgendwie, ich war einfach nicht happy damit so, also, das Ding ist, ähm, ja, ich würde ja selber ja eben nicht so ganz so ein Pro-Player bin, wie jetzt eher so ein schmocky oder so, ähm, aber ich will auf jeden Fall auch guten, äh, Gaming-Contact, ich will auf jeden Fall, das ist halt an sich auch einfach, ja, das ist einfach Skill, also, ne, richtig nice Clips sind mit viel Skill und allem drum und dran und, ähm, das ist auch ganz nett anzusehen ist, auch wenn es jetzt eben in dem Fall nur so als Hintergrund ist, äh, aber da habe ich dann halt auch schon so ein bisschen dann diesen Anspruch, das ist halt, das ist halt schon ein echt gutes Gameplay ist, auch wenn ich halt selber, ähm, generell halt eben nicht der absolute Pro-Player bin, so, aber, ja, ja, und dann hatte ich da auf jeden Fall halt so, hatte ich auf jeden Fall, ähm, so meinen, meinen Struggle damit, weil ich halt einfach nicht wirklich dieses G-basierte Gameplay hinbekommen habe, was ich eigentlich vor hatte zu bringen, dann habe ich halt verschiedene Sachen ausprobiert und ich, ähm, bin so ein bisschen dran verzweifelt, das war irgendwie, es war einfach nicht so cool, weil ich das einfach nicht gepackt hatte, so, und dann selber mir noch Drücke, ähm, gemacht habe, und dann irgendwann, man liest es einfach gar nicht mehr, so, und, ich glaube, gerade auch, wenn du, ähm, so ein absoluter Pro-Player bist, äh, wie ein Stegi oder wie ein, ein MCU-Expert und so weiter und so fort, ähm, dann setze ich das auch so unter Druck, wenn du halt eh schon so wahrgenommen bist als ziemlich guter Spieler, und halt auch dann wirklich so gemacht, deine besten Clips so raushaust, ähm, die Zuschauer erwarten halt, das auch irgendwie von dir und, äh, wollen natürlich dann auch so deinen besten Clips sehen, und, ähm, ja, die sind, sind halt auch echt gute Spiele, aber die haben halt eben nochmal einen höheren Standard, so, und ich glaube halt auch, wenn du schon ziemlich gut bist, dann willst du auf jeden Fall aber dann eben die noch besseren Clips halt irgendwie posten, und halt nicht eben so das, was für dich quasi Standard ist, obwohl du ja schon gut bist, und das auch andere Leute so als gut empfinden würden, äh, aber ich glaube, dass da halt, dass man sich da als YouTuber gerade in diesen, ähm, ja, wo, wo, wo wirklich auch viel im Skill geht, ähm, bei MCPVP, wie das jetzt bei diesem Namen eben, ähm, der Fall war, dass du da wirklich sehr viel Druck machst, und, ähm, ich glaube halt, dass es auch, ja, schädlich sein kann, auch für deinen, für deinen YouTube, ähm, äh, für deinen YouTube-Laufbahn, für, für, vor allem deine Upload-Rate und so weiter, und auch für dein, ja, für dein eigenes Google-Empfinden, so, aber, ja, also, da muss man auf jeden Fall gucken, so, und das ist jetzt auch, ähm, was man irgendwie selber dann im Auge behalten muss, was man selber im Gruff, ähm, haben muss, aber, ich glaube, das kann halt wirklich auch so ein Grund sein, wieso solche Leute eben auch ein bisschen von dieser MCPVP-Schiene abgekommen sind, ähm, also, es gibt natürlich auch andere Gründe, also, dass MCPVP halt wirklich auch irgendwie, ja, also, nicht mehr das Gleiche ist wie früher, dass es, ähm, wirklich auch eine ganze, also, ganze Auswechslung quasi gefilter Community, äh, Community gab, weil halt wirklich eher die ganzen OGs mäßig, ähm, einfach jetzt, äh, schon, keine Ahnung, zehn Jahre das gemacht haben, und jetzt auch irgendwie andere Spiele zocken, und, ähm, weil halt ganz viele neue irgendwie auch dazugekommen sind, und es hat sich halt viel verändert und so, ähm, sowas ist natürlich auch ein dicker Grund, und auch, ähm, naja, die persönlichen Interessen natürlich, aber ich glaube auch, dass bei solchen Games wirklich, ähm, oder auch bei solchen Typen von, von YouTubern, die wirklich diesen, ähm, Content bringen wollen mit wirklich richtig, ähm, guten Gameplay und so, und auch jetzt bei Minecraft gerade, äh, dass es da halt einfach wirklich dann diese Situation gibt, wo du vielleicht eben eine schlechte Woche hast, oder schlechte zwei, drei Wochen, und gerade irgendwie echt nicht so auf dein, ähm, Niveau kommst, vielleicht jetzt eben auch so wie das bei eSports oder so, ähm, mal vorkommt, und, das ist dann, das ist dann problematisch, wenn du halt eigentlich diesen richtig guten, ähm, Gaming-Content halt hochladen willst, und, ähm, ich glaube, dass es dann auch da irgendwie dann, ja, eben diese Spannung gibt, und dass man da auch an dieser Stelle einfach, ja, sich mal, ähm, teilweise auch mit messigen und einfach witzigem Content, ähm, zufrieden gehen muss, also das kann man ja auch da machen, einfach, äh, wenn man diesen drei Monaten, drei Wochen oder so, halt gerade irgendwie nix geschissen bekommt, aber irgendwie halt witzige Sachen passieren, dass man halt eben auch da dann sagt, okay, also, jetzt lade ich mal diese Woche kein, äh, Gamefly hoch, wo ich jetzt irgendwie komplett alles abrasiere, und, ähm, ne, Obby-Trap und was weiß ich, sondern halt auch einfach mal, ja, hier so, ey, das habe ich so in den letzten Wochen so gefällt, weil das ist halt auch, äh, teilweise mega witzig, so, ne. Ähm, das war aber so ein Thema, wo ich so ein bisschen drüber reden wollte, weil ich so das Gefühl habe, dass da auch, dass man auch da so als Community vielleicht, ähm, so ein bisschen entspannter so gegenüber diesem Thema stehen kann, und dass man auch vielleicht ein bisschen, ja, das nachvollziehen kann, weil ich hätte das vorher auch noch nicht so nachvollzogen, ähm, oder diesen Punkt noch nicht so gesehen, aber jetzt halt eben, wo ich das diese Woche selber irgendwie in diesen Struggle ein bisschen gesteckt habe, natürlich jetzt nicht ganz so wie diese Leute, aber, ähm, wo ich da auch irgendwie, mich in einer ähnlichen Situation befunden habe, habe ich es halt auch irgendwie so ein bisschen gemerkt, ein bisschen nach, ähm, nachvollziehen können, so, deswegen, ja, dann wollte ich das immer ein bisschen mit euch teilen, und, ähm, genau, das ist einfach mal so ein bisschen offen sein, ein bisschen auch YouTuber ermutigen, ich glaube, bei mir ist das noch kein Ding, also, das war jetzt auch, ähm, gar nicht irgendwie auf mich bezogen oder so, aber wirklich auch bei anderen Leuten, ich weiß gar nicht mehr, wer heute diese Leute vielleicht sein könnten, aber, äh, gebt's safe, Leute, also, also, ihr, ihr kennt da bestimmt, ähm, welchen, die ihr gerade denkt, so, und dann, genau, lass uns, äh, einfach so ein bisschen, äh, chillig mit der Situation umgehen, und, genau, das war einfach so mein Senf, den ich dazu geben wollte, wir sehen uns dann auch im nächsten Video, wenn dann wahrscheinlich, hoffentlich, das Thema kommt, über das ich, ähm, eigentlich reden wollte, bis dann, macht's gut, haut rein, und, bye, bye.